Ah, der Wald, der ist immer Hardcorer. Okay, wir spielen in den Geist. Jetzt habe ich einen Perk, der nutzlos ist. Yay. Ich mag den Wald nicht so gern. Oh, er hat schon wehen. Oh, er hat schon wehen. Oh, er hat schon wehen. Wo ist der hin? Wieso habe ich nicht meinen fünften Perk jetzt gerade? James Ford, grüß dich! Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade nicht wieder zu meinem Generator gehe, bei dem ich eben schon mal war. Aber mein Team hat auch noch keine Generatoren bisher gemacht. Vielleicht machen die die Haken oder so, kein Plan. Moin Eric, grüß dich! Okay, nice. Da wurde jemand geschlagen. Ein großer Fähigkeiten-Check. Ich bin schon ein großer, ne, ein großes Mädchen. Früher war ich ja ein Mann, den hieß Thomas. Ach ja. Renn ruhig, ey. Mit mir kann man es ja machen. Da vorne ist er postiert, oder? Sieht so aus. Geist! Geist! Was ist los mit dir? Wo bist du? Er ist in unserer Nähe. So, dann mache ich mal eine offene Flucht. Hat er Nöte oder nicht, Leute? Was meint ihr? Ärgern wir ihn nochmal mit der Taschenlampe so ein bisschen? Oder hier mit der Palette? Nicht mein Homie. Vor allem, der war schon verletzt, das heißt, wir wissen nicht, ob er Nöte hat. Ich bin schon mal mit der Taschenlampe so ein bisschen. Er hat nöt. Er hat nöt, Leute. 5000 Punkte haben oder nicht haben. Oh Gott, sie geht wieder hin. Er hat nöt, Mann. Gruppenzwang, scheiße. Oh Gott, am Ende, ich bin wieder der, der am Ende tot ist. Ich will nicht sterben. Ich hab ihn abgelenkt. Ich hab ihn abgelenkt. Halt. Hä? Er hat doch keinen nöt. Hä? Lauft, Freunde des guten Geschmacks. Den letzten frisst der Geist. I am out of fear. Oh, die wurden geboxt. Alter Vater. Oh, wir haben echt noch, sind alle weggekommen. Ich glaube, alle sind abgehauen, oder? Boah, 14k. Aber war schon geil, wie wir ihn halt, er war unsichtbar und wir haben ihn halt geblendet. Oh, er hat keinen Uprank gekriegt. Krass. Er hatte nöt. Achso, warte mal, nöt wurde geändert. Du wirst von einer unsichtbaren Kraft getrieben, wenn die Überlebenden kurz vorm Erkommen sind, sobald die Auslösung mit Energieversorgung sind, werden sie nicht erfolgreich angreifen, für den automatischen Todesstatus. Abkühlung von erfolgreichen und bestellungen Angriffen werden... Hä? Äh? bitte?